damit das auch ob der schön aussieht auch auch so hinhaut komm ich da so rein ja wenn ich dann so komme, das sieht natürlich nicht schön aus, ich kann natürlich das so machen genau und dann fährt so ein kleiner Gang nach hier oben okay ja so ist das wahrscheinlich am besten dann mache ich dann hier weiter die Treppe ja das finde ich ganz gut Licht, Licht, Licht du kommst natürlich weg soll ich das so lassen oder soll ich dann ich weiß noch nicht was könnte man denn so eben wegwerfen dieses Schild ganz kurz jetzt komm ich pack die ganze Kohle rein du wo ist denn jetzt da ach da hat sich noch Platz okay ja ja ähm so dicht die Kiste machen so aber ich deck mal so viele Stülfchen brauche ich nicht mehr ich mach mir hier am besten mal kurz eine Kiste hin eine Seite ja ja ich denke nicht dass hier jemand was klauen wird aber man weiß ja nie ähm dort werde ich im Moment nicht brauchen das auch nicht jetzt kommt man da in die Ecke heute brauche ich das brauche ich auch die Eimer brauche ich nicht die Last brauche ich auch noch nicht ja das weiß ich noch nicht das werde ich nicht genügen das werde ich eventuell einbauen ähm ja so dann machen wir mal den ganzen Tag hier ein hm hm wie so ausschaut wie so ausschaut wie so ausschaut wie so ausschaut oh hier hier kann man es so lassen hier kann man es so lassen ok ok hätte ich wohl lieber noch nicht machen sollen aber das ist ja jetzt auch wurscht ähm so hier kommt dann eins zwei und hier oh ne das ist falsch wie Moment wie war das denn jetzt normal ach ich komme hier halt die ganze Zeit durcheinander keine Ahnung warum ich das nicht einnehmen kann so so weiß ich nur nicht ich mache hier nochmal ähm alles weg damit ich das einsame kann ich finde das sieht gar nicht mal so schlecht aus das ist ja was 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 das ist ja was wie das ist ja ganz gut und das macht er ja als ja ich habe ich weiß nicht welchen Boden ich reinmachen soll ich weiß auch noch gar nicht was für ein Boden er hier reinmachen soll er will ich mach einfach diesen normalen Sandstein rein den finde ich eigentlich recht schön das ist kein Sandstein was der Markt mit der Farbe ich teste mal ganz kurz ach das ist ein falsches Server ach du heilige ja so sieht Wampel das die ganze Zeit ist er schon comic-hafter ich finde das passt nicht und ich ändere wieder das Texturen Paket ja das ist meine Special Edition denn ich hab da ein paar Sachen geändert ja so gefällt mir das besser und das passt überhaupt nicht tut mir leid das ist ich habe aber war ja ja dann mach ich diese Steine aber die sind da an der Wand oder auch heutzutage Schilder jetzt sind los gewesen aber danke ich hoffe mir hat da aus den Kisten die Mannschaft rausgeklaut aber ich denke mal nicht alles ansteckend Prozent ja ich mag Mieter 8 so so das wollte ich doch gar nicht machen dann ist es hier falsch nach Gott ja zu bieten ich mag erst mal hier das Fertig ich werde hier natürlich nachkommen ich kann auch den Kack dann möchte ich erst So. Geh weg. Oh. Kein Kies mehr? Jetzt ist es richtig. Oh. Ach, Mensch. So wäre es eigentlich schöner gewesen, um ehrlich zu sein. Vielleicht kann ich das hier auch ein bisschen umbauen. Ich mach mal eben ganz schnell. Denn es soll ja auch hübsch aussehen und nicht irgendwie hingeklatscht und hingeschissen sein. Ich mach mal eben alles weg. Aber... Da war, glaub ich, noch eine Stufe. Ja. Die Musik, die ihr hört, sind aus diversen Spiel-Soundtracks. Diese hab ich auch schon in meinem eigenen Let's Plays benutzt. Ich decke mal, das ist jetzt hier, ähm... Mafia 2. Oder... Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Ja, okay. Ach, hier sind noch welche Stufen. Nicht gerade. Das kann ich dann nochmal wegmachen. Ja, das ist ja natürlich hier auch doof. Und hier hat keiner wiesen. Ähm... Holz reinmachen. Ja, das muss doch gleich auch wahrscheinlich weg. So wie das hier. Ja. 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 So groß wollte ich das hier eigentlich gar nicht machen, aber na, jetzt ist es zu spät. Und es ist sogar falsch, wie ich sehe. Jetzt ist es richtig. Dann kann ich die Decke auch ein bisschen weiter runter machen. Werde ich dann gleich mal machen. Erstmal... geht's hier weiter. Und hier werde ich die Decke dann... Ich mach mal das lieber so, weil ich mag das nicht, wenn man den Kopf sich so leicht anhaut. Ist zwar ingame, aber trotzdem. Ups, der war jetzt... Naja, der war fast falsch. Da kommt ja gleich eh noch überall Holz rein, aber... De blackust. Bo futうん. Da einfach mal. Just, wir mal gucken.